Tosi LED, das ist die die leuchtet. Aufladezeit 45 Minuten und mit Powerbank 10 Minuten. Etwas rechts raus, weil die nach links rüber kippt. Ja, getroffen Tosi Frisbee. Nochmal erklärt, Schwierigkeitsgrad, da hinten sitzen Kinder und das kann man hier leider nicht verbieten. Ich habe mit den Kindern geredet, aber leider keine Chance. Jetzt, komm! Nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Keine, Mann! Vielen Dank.